ganz schlimm hier von den sounds her aber da hat shift drücken auch nicht viel gebracht muss runtergefallen ja super ich brauch was zu futtern mit dem brot fressen warte mal viel bessere idee jetzt haben wir erstmal setzlinge oh da ist noch ein block holz hier kommt es nicht lang oi 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 ok das muss hier wieder hin ah hier schon wieder zwei äpfel wow leck na jetzt hängt es aber mächtig gott sieht das blöd aus hier was sieht blöd aus das mit dem haus ich hab hier ein paar lecks zwischendurch du das glaubst du nicht so ich komm jetzt erstmal zurückbringen das holz zurück also bei mir eine kiste in der linken wenn der in der ecke drin stehst ist dann holz drin ne oha bist ja schon gut vorangekommen ne naja jo das kleine ding willst du auch noch mit verbinden oder was na klar deswegen natürlich auch glaube ich genau an der tür vorbeigelotscht ne ja genau dann muss ich wieder innen rein und aufs dach und dann hier oben kurz noch verlegen ich geh da nochmal rüber und besuche ich noch ein bisschen Erde aber super keine Schaufel dabei zurück eigentlich bleibt man nicht weit Sticks alter jo zack 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 jetzt brauche ich wieder Holz aus der Gäste hast du noch etwas bei dir? ganz viel äh die Erde fahrmig aber dann drüben auf der anderen Seite ab ne nicht hier bei uns ja mach wie du willst ja mach wie du willst so der Brun steht ja auch scheiße wieso steht der hier noch in der Mitte oder was? oder im Bild? was lass denn jetzt bitte? ganz schönes Standbild ey warum? warum? ja 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 der steht im Weg der Brunnen ich nehme ich hier mein Haus komplett außenrum mit Holz verkleiden quasi also jetzt nicht komplett verkleiden aber halt so ne so ne Linie ach so so ein Absatz ja genau ah ne weil ich mach ja ich farm hier ein bisschen Erde weg dann haben wir nachher soll ich es ausschottieren ne gute Ecke nachher wo wir anfangen können dann mehr als Standbild grad? ja ah ich brauch grad sagen was hast du denn jetzt gemacht? alter das gibt's doch grad gar ne jo Tagit keine Rückmeldung ah dann bist du drauf ah doch hallo ah jetzt jetzt dürfte das alles passen bin wieder da jo wo hast du jemals weg? zumindest im Spiel mein ich naja nicht wirklich ha perfekt so ne Sitzecke sehr schön ach so machst du schon eine Einrichtung? nö hä? nö war ich nicht da hier außen und ich hab bei mir auch noch keine Einrichtung drin so so sieht das gut aus ich glaub das Feldchen in der Mitte muss ich auch versetzen oder weg machen mal schauen die haben bestimmt noch mehr Felder außer das eine klar er will hier gleich erstmal das ganze Dorf umkonzipieren bloß weil er sein Haus ausbauen will oder ja klar ja siehste guck mal hier die haben ein oh guck dir das nochmal an hier ein doppelt so großes Feld ja und? können aber beide Felder gebrauchen warum das denn bitte? ey ich hab ich hab gar nichts zum Essen ja sag doch was meine Güte ich hab dir gesagt ich hab ich hab elf Brote und noch 28 Weizen in meinem äh in meiner Kiste achso also muss einfach noch vorbeikommen und dir was abholen so ich komm dann gleich erstmal rüber zum schlafen gehen ne? jo oh schaufel ist kaputt upsala da war es falsch es dämmert ja erst und dann hinten über das kleine Ding was du da noch verbinden willst verbinden wir dann unsere beiden Häuser oder wie? weiß ich nicht können wir machen was hältst du denn davon wenn wir nachher die Ölquelle mit unserem Haus verbinden sozusagen das kannst du ja machen ja da rennt ein Creeper und ne Spinne ach so ab ins Bett ja ich muss vorne rein zack er braucht wieder seine Zeit ja gar nicht hm ich hab immerhin schon ein paar Rohstoffe besorgt ja ich nicht ich hab Essen hast du nicht ja aber Rohstoffe sind genauso wichtig so lang ja in gewisser Weise schon siehst du genau 2 Stacks Erde 60 Steine sieht kacke aus das stimmt hier das brauchen wir nicht dann nehmen wir mal alles raus das auch das auch das auch das ich mach die Tür hier hin hier nicht ja so mal ein klein bisschen am sortieren hier da werden wir keine Sortiermaschine haben so hier guck schau mal ich geh mal rüber schau mal in die Kiste rein damit die Zuschauer das auch sehen es ist aber die linke ne wenn du in der Ecke stehst die hier das habe ich jetzt gesammelt in der Zeit ja nicht schlecht die ne ich mir mal raus hm? die Tür hm sieben Äpfel hab ich schon nicht schlecht auch hier sind noch Cobblestone drin hm das wär ne Idee was? ich hab jetzt noch ne geile Nische äh Enderman bei mir hier im Haus hm 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 schlech ich komm mal zu dir rüber ich schau mich mal bei dir um gleich noch was futtern gut doch alter was ein Gang hier hm hm Türen on Mars ok guck mal hier ganz weit Schlafecke oder was? jo da kommen meine Betten rein wo? hier in das Haus? in die Schlafecke achso ich hab jetzt gedacht du wolltest das Haus hier noch mit verbinden hier so? ja mach ich ja noch so und dann hier hinten weiter zu mir rüber oder was? schauen wir mal so hier in der Mitte so was wie so einen kleinen Hof haben oder wie? ach warte mal da kann ich ja gar keine Schlafecke machen das wär du das wär doch eigentlich genial oder? wenn wir das hier nachher zu mir rüber verbinden ne? und in der Mitte im Hof sozusagen hier das Feld haben nein das Feld das passt mir nicht guck mal wie guck mal wie guck hallo das ist doch nicht schön hier so durch äh zu laufen das da macht doch niemandem Spaß hier naja werden wir sehen wie wir das abwandeln wenn wir das verkleinern ist das kein Ding das ändern wir noch bei mir in der Hütte oder was? alter was hab ich hier Soundprobleme? das ist echt nicht feierlich der rennt immer noch bei mir in der Hütte rum ich brauch mal ne Schauf ne Schaufel ne Schaufel warte ich hab ich hab doch auch ja eben nicht ich hab nämlich zwei im Inventar dann halt nicht was ist denn jetzt vor? also Keys abbauen alter was hab ich denn heute für Soundprobleme? sonst hab ich denn nie halt ah ne Tür ist zu also manchmal klappt alles bei der Aufnahme und sonst nie manchmal ist es einfach genau andersrum manchmal klappt nichts und doch alles ne? hm wie lange nehmen wir denn jetzt eigentlich schon wieder auf? 40 Minuten ungefähr mhm jo irgendwie bin ich in der falschen Ecke das ist asymmetrisch scheiß Haus kann ich nicht verwenden, reiß ich ab genau verkehrt lang gelaufen ja gut also ich mach mir jetzt mal in den Sumpf ne ein bisschen Fleisch besorgen ok? ja mach das kauf mal dass wir da so viel wie möglich mit dem Mahl besorgen kriegen hm 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 äh wann hältst du denn uns wieder ein paar Schweine dann rüber zu holen zu uns? Wir müssen uns dann wieder so eine kleine Ecke machen, wo wir dann halt die Schweine züchten. Auf jeden Fall. Boah, was ist denn heute los? Ey, wieso kriegst du hier nicht bei jedem Schwein Fleisch? Keine Ahnung. Ey, ich hab jetzt drei oder vier Schweine getötet und nur ein Fleisch bekommen. Tja. Das Problem hab ich meistens auch. Halt, ich muss hier raus. Juhu, drei Fleisch. Drei Fleisch durch ein Schwein? Na, schön wär's. Hm. Oh, eben hab ich mal zwei Fleisch gekriegt bei einem Schwein. Schon wieder. Schon wieder. Ja, das ist der Pasta. Ja, eben mal wieder keins. Ja. 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 Vielen Dank.